dieses Video sollte ich jetzt nicht mehr liken allerdings ich bin ja nicht gerade der größte Film von Nordrund und deswegen dachte ich eigentlich das ich hoffe ich würde aber mit dem die Hoffnung nun sind sie nicht mehr letzter also das Spieler nicht gesehen aber sonst was vielleicht auch nicht gesehen haben deswegen kann ich das von immer hoch damit die es dann wissen ja Top und Fans dürften sich hier natürlich freuen dass ihre Lieblings Interview gewonnen haben und das war es dann, Servus bis zum nächsten Video Ciao